halli hallo wir haben heute den 21 dezember und öffnen heute türchen nummero 21 wollen wir mal schauen tüte wert das original soft karamell sehr gut also das ist was feines da freue ich mich drüber die kann man gut wegnaschen gute sache ja das war's für heute wir sehen uns morgen wieder so langsam nähern wir uns ja dem ende macht's gut